Ich muss sagen, es macht mir irrsinnig viel Spaß, hier draußen auf der Strecke zu stehen und ein paar Fahrer zu beobachten. Das ist der absolute Oberhammer. Ja, herzlich willkommen hier aus dem Circuito de Almaria, es ist kalt, im Wind. Ich bin ausgewandert, ab nach Spanien, weg von Deutschland, wir haben die Schnauze voll, wir bleiben hier, nicht für immer, aber für eine schöne Weile über Weihnachten. und Silvester und Neujahr und ja, ihr kommt jetzt mal mit und seht was ich hier den ganzen Tag so mache, wie ich hier lebe im Moment und was es hier für verrückte Leute gibt und wie das alles hier ausschaut und was es Neues gibt, was es Neues gab und Neues geben wird in Zukunft. Bis gleich. So, das ist hier unsere Box, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, ich fahre mit der Nummer 7. Das ist das erste Mal, dass sie mir Mandy einen Motorrad gegeben hat mit der Nummer 7 drauf. Das ist eine große große Ehre und die Nummer 7 hat mir gleich geholfen, hier endlich unter die 1,40er Schallmauer zu brechen. Ich bin 39,4 gefahren mit dem Motorrad. Das ist eigentlich so eine R1, wie ihr sie kennt, wie wir sie in dem Video aufgebaut haben, vom Straßenmotorrad zum Superbike in 9 Stunden, reine Unterschiede, größere Bremse dran, R1M-Gabel mit Closed Cartridge sowieso und R1M-Schwinge hinten. Sonst ist da eigentlich nichts anders, als in dem Motorrad, das wir für euch im Video aufgebaut haben und das war verdammt schnell. Das ist hier mein Kunde, den ich zum Menstruieren habe, der hat dreimal dasselbe Motorrad in perfekten aufgebauten Zuständen, alles vom Feinsten, das schauen wir uns jetzt mal genau an, was da alles drin steckt. Da haben wir nämlich ein 2D-Data-Recording verbaut, um ihn gut zu verbessern zu können, also einmal den Fahrrad und das Motorrad quasi. Da ist also eine große Superbike-Bremse drin, die Bremssettel sehen ähnlich aus wie die von meinem Motorrad, das sind aber nicht die gleichen, denn das sind die WM-Settel mit den WM-Scheiben. Die sind so viele Scheiben, dass es schon fast fair wärs. Ja, das Motorrad mit dazugehöriger Bremskunde, vielen Spielereien, wie Daumenbremse verbaut, 2D-Data-Recording-Dashboard, alles vom Feinsten, hier ist der USB-Stick drin, mit einer externen Ladestation, alles kaputt geschützt, die Schwinge, der Rahmen. Und das Ganze, alle drei Bikes sind mit diesen Rotobox-Carbon-Rädern ausgestattet. Ich bin das erste Mal jetzt mit dem Motorrad, mit einem von den Motorraden, ich weiß gar nicht, an welchen, gefahren. Und vom Setting her stehen die da, vom Fahrwerk-Setting, wie meine immer. Bloß der Unterschied sind die Carbon-Felgen. Ich war im ersten Moment ein bisschen erschrocken, weil das so hippelig, so wackelig auf der Stelle ist, dass ich fast sagen würde, ich brauche diese Mehrhandlichkeit der Carbon-Felgen eigentlich nicht. Vorausgesetzt, das Fahrwerk-Setting ist so, wie ich mir das gerne vorstelle. Wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, ist das eigentlich doch ganz nice to have. Ich würde mir das jetzt aber nicht unbedingt kaufen. Das ist meine alte, Ehren 65, die sah auch schon aus. Ein paar Videos kennst, die ist jetzt verkauft. Die geht von Spanien raus an den Thomas, der hat sie erworben, der bekommt sie dann bald, sobald ich ihr wieder weg bin. Voraussetzung, ich fahre wieder nach Hause. . 0 0 0 0 0 0 So was immer so ein typisches Problem beim Rennstreckenfahren ist, vor allem bei so einem langsamen Einsteiger, mittelmäßigen Hobbyfahrer ist so die Reihenfolge beim Reihenfahren in die Kurve vom Bremsen, Bremse langsam loslassen, Rollphase, Stützgasphase und da muss man aufpassen, Stützgasphase darf auf keinen Fall die Geschwindigkeit erhöhen. Auch nicht um ein oder zwei oder drei Karten haben, Stützgasphase ist lediglich dafür da, um die Geschwindigkeit zu halten. Mache ich das Gas zu, wird es langsamer durch die Motorbremse, mache ich das Gas in die Stützgasphase, bleibt sie gleich. Ich habe drei Faktoren, die hängen immer beieinander, Schräglauge, Radius, Geschwindigkeit. Ändere ich einen Faktor, muss ich irgendeinen von den anderen zwei auch ändern. Wenn ich mit der Schräglauge aber am Limit bin, ändert sich automatisch der Radius beim schneller werden und dann trägt es mich raus und ich kann die Linie nicht halten und dann schiebt es mich schön bis zum Körb. Dann stelle ich kurz vor dem Körb fest so, oh, da ist schon Kies, jetzt muss ich das Gas wieder zumachen und jetzt kann ich erst wieder rangehen. Deswegen, Stützgasphase, warten bis dass der Ausgang vor einem gerade da liegt, wie auf dem Servierteller. Und dann kommt erst die Beschleunigungsphase. Wichtig, 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 wichtig. Ich habe so viele Leute, die sagen, ja, ja, kann ich alles, verstehe ich, weiß ich, funktioniert alles super, geil, machen wir, mache ich immer. Und dann, zack, eben nicht. Und das ist auch so eine Selbsteinschätzung. Ah, okay, Phasen der rechten Hand. Bremsen, Bremse langsam lösen. Rollphase, nothing. Stützgasphase. Warten, so lange bis dass der Ausgang vor einem liegt. Und dann erst, okay, Bremsen, Bremse loslassen, Rollphase, Stutzgasphase, Warten, Beschleunigungsphase. Schreibt Euch das hinter die grünen Ohren. Nicht alle sind grün, aber ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Einmal eins des Motorradfahrens wird immer wieder unterschätzt. Hier genau vor nicht ganz einem Jahr, also im Februar wird es ein Jahr, stand ich hier, als ich meinen ersten Highsider hatte. Denn ich bin genau in dieser Kurve hier abgeflogen mit dem Highsider und lande dann in der Kurve samt dem Motorrad am Boden. Und bin dann hier über diese Leihplanke geklettert und hatte gedacht, dass ich das ganze Gesicht voller Blut hatte, weil mir irgendwas runtergelaufen ist. Dabei war es eigentlich nur Rotze und mir ist Gott sei Dank nichts passiert und ich habe mich nicht verlässt, obwohl ich echt drei Meter durch die Luft geflogen bin in dieser doch sehr zumachenden Rechtskurve hier. Das ist der Max, Max, weiß den Nachnamen nicht genau. Der ist IDM Supersport gefahren, dem habe ich vor zwei, drei Tagen hier mit dem Fahrwerk geholfen. Jetzt sieht das Ganze schon einigermaßen passabel aus bei ihm. Das erste Mal auf der R1 wohlgemerkt. Der hat immer 600er gefahren. So, hinter mir steht mein neuer Anhänger, da wo ich quasi alles hab und gut mit drinnen habe. Auf der einen Seite haben wir quasi das Thema Fahrwerk ein bisschen mehr uns inspirieren lassen. Mit einem Bild, das ich selber ja gemacht habe von einem Stoßdämpfer von mir. Und also mit den Sponsoren drauf und mit natürlich allem, was man halt so machen und anbieten. Natürlich mit der Superbike Tax Suspension. Und auf der anderen Seite habe ich quasi ein Motorrad. Also Motorrad ist gut gesagt. Wie ich beim Fahren drauf bin als großes Foto vom Pannoni-Ring, wo ich damals die 1,56 gefahren bin. Und ja, das habe ich drucken lassen vom Motorcramp. Motorcramp, danke dafür. Ah ja, hinten. Hinten habe ich nochmal das Yacht-Logo, die Superbike Tax Suspension und die Sponsoren. Das Ganze mit hinten ausklappbar. Und hier vorne auf der Seite nochmal eine extra Verkaufsklappe, dass ich quasi hier vernünftigen Fahrwerk-Service an der Rennstrecke anbieten kann. Den ich nächstes Jahr, in der Saison 2022, bei jedem Actionbike-Rennstrecke-Event anbiete. So, jetzt sind wir hier drin in meinem neuen Anhänger. Wie ihr schon seht, hinten eine kleine Garderobe, wo die Lederkombis und die Klamotten schön verstaut sind im Hintergrund. Meine Workstation, wo ich Data-Recording, wo ich Videos draufspiele und so weiter. Und das Ganze auf einem fast perfekten Wägelchen. Das ich meistens zwar im Hänger hier drin lassen kann, aber auch auf die Rennstrecke bzw. in die Box hineinschieben kann. Also es ist verrollbar. Ich kann es auch alleine schieben, habe es probiert. Und da ist alles drin, was ich brauche. Und ich muss somit nichts immer irgendwie rumräumen oder ausräumen oder sonst irgendwas. Schauen wir mal kurz rein. Das Wägelchen gibt es im Ganzen zu kaufen, aber ich habe da ein paar extra Sachen dazu gebaut. Wie zum Beispiel Monitorhalterung, wie zum Beispiel diesen extra Tisch, den man einklappen kann, um hier quasi noch mehr Platz zu haben. Natürlich mit Strom. Dann hier mit, die Flasche nicht, Ölablauf, damit ich eine Gabel ausleeren kann und das Öl somit hier reinlaufen kann. In den Kanister, zum Federbein messen, Ersatzhelm, spezielles Fahrwerkswerkzeug, alles was ich halt so brauche. Zum Simmerringe machen, zum Öllevel machen, zum Federn auspressen und lotsa so Sachen. Das hat mir hier bis zum Beispiel mit Schaumstoff geholfen, um das auszuschneiden. Ein paar Sachen sind jetzt vorne in der Box, weil ich die gerade gebraucht habe. Und Ersatzfeder, lotsa so Sachen, die Schichten und natürlich auch ein Haufen Kamerastuff von Insta360. Hier die neue, die lädt hier gerade neues Footage hoch auf den Computer. Richtig geil, funktioniert richtig gut. Hochwertige 5,7K, 360 Grad mit viel genug Halterung, mit Ersatzakkus, mit extra Ladegeräten und, und, und vielem mehr. Ja, da habe ich hier noch, da habe ich ein bisschen gespart, muss ich sagen. War jetzt auch nicht so notwendig, das aller allerbeste Werkzeug mitzunehmen auf die Rennstrecke. Aber ich brauche natürlich ein zusätzliches, weil das einfach doppelt sein muss. Ich kann nicht das von zu Hause mitnehmen, das brauche ich jetzt von zu Hause. Und deswegen habe ich das leider hier nicht das teuerste Werkzeug gekauft, aber es erfüllt seinen Zweck. Schauen wir uns mal den Hänger hier an. Es ist ein bisschen schattig draußen, denn deswegen habe ich hier natürlich auch eine kleine Heizung, damit man hier schöne 20, überschlagene 22 Grad haben kann. Elektroinstallation habe ich komplett selber gemacht. Auch die Lampen von oben. Hier haben wir überall die Steckdosen. Und hier drüben haben wir noch den Lichtschalter. Zack, oh, finster. Damit das ordentlich funktioniert. Natürlich habe ich auch Alarmunlage verbaut. Einmal hier an der Tür und auch an der Tür. Das ist quasi die zweite Seitentür. Die mache ich gleich auf. Hier noch ein paar Tüchlein. Und genau. Hier mache ich jetzt die Tür mal auf. Achtung, hoffentlich steht keiner draußen, den ich jetzt gleich über den Haufen renne. Das ist der Hänger von vorne. Da habe ich extra so einen kleinen Aero-Aufbau gemacht, damit das Ding bei mir im Wohnmobil nicht so dermaßen im Wind steht, weil es sonst natürlich ein absoluter Fallschirm ist. Und deswegen habe ich den Aero-Aufbau komplett selber gemacht. Habe mich ein bisschen damit beschäftigt, was mache ich, wie mache ich es. Und habe letztendlich eine Unterkonstruktion mit einer schönen Verplankung und mit einer schönen Verleistung quasi gebaut. Der Deichsel war nicht allzu lang. Deswegen konnte ich nicht weiter raus. Aber das reicht auf jeden Fall, wenn man sich das mal anschaut, damit es ein bisschen aerodynamisch ist. Und tatsächlich, es ist auch aerodynamischer. Ich habe es genau gleich gemerkt beim Bergabfahren. Da hat der Hänger viel mehr geschoben als vorher. Von dem her steht er weniger im Wind und hat somit funktioniert. Und jetzt aber schauen wir zum Wohnmobil. Hinter mir steht mein neues, altes Wohnmobil. Das ist Baujahr 2001. Das ist etwas ältere Generation. Aber es hat sich nicht ganz einfach herausgestellt, weil ich brauchte was mit ordentlich Anhängerlast, mit ordentlich Leistung, damit ich den Anhänger ziehen kann. Und dann ist im neueren Bereich unbezahlbar. Und das ist selbst in diesem alten Bereich schon echt verdammt teuer. Da war ich echt schockiert. Habe auch dann richtig Glück gehabt mit diesem LT, weil dieses LT erst 99.000 Kilometer gelaufen gehabt hat. Ein ordentlicher Fünfzylinder mit 157 PS, dann hat den ich noch gechippt habe. Und das Auto in einem extrem, extrem, extrem sauberen und fast perfektem Zustand auf dieses Baujahr ist. Ist groß genug, ich kann mit der Familie wegfahren. Und wie ihr seht's, das ist halt alles hier vom Zustand nach irrsinnig geil. Also, da ist kein Rost oder irgendwas dergleichen. Und das gefällt mir natürlich schon richtig, richtig gut. Ich habe keinen Schuss. Nein, ich habe keinen Schuss. Schauen wir mal rein. Die Kinder und die Frauen müssen ja eigentlich darin sein, die Bianca. Hinten habe ich nichts beklebt. Vorne, das ist jetzt die Anhängerkupplung, da habe ich ein bisschen was gemacht für die Aerodynamik, um den Wind so ein bisschen wegzuleiten vom Hänger. Genauso oben mit Dachspoiler. Und habe das natürlich schön beklebt. Und Alarmanlage verbaut und so weiter. Die Superbike-Tech-Suspension-Logos drauf. Und ja, da sind wir hier runtergefahren. Drei Tage nach Spanien damit. Und jetzt schauen wir mal, ob wir daheim sind. Ja, wer ist denn da? Unser Binge-Meister. Ja, hallo. Ja, das ist unser Wachhund. Und jetzt schauen wir mal rein hier. So, wir haben ja schon Weihnachten gehabt. Wir haben schon Weihnachten gehabt. Was ist denn gerade zu Weihnachten? Das Playmobil-Schloss. Das Playmobil-Schloss? Okay, wir haben keinen Platz mehr zum Essen. Es ist nicht das Allerneuste, aber es ist echt nur in einem guten Zustand. Und auch von der Ausstattung her. Warum geht das nicht? Auch von der Ausstattung her gar nicht einmal so schlecht. Da oben Alkofen. Zwei Mann, oder eine Frau, ein Mann zum Schlafen. Hier die Kinder. Vorne Fahrgastzelle. Alles noch in einem richtig, richtig geilen Zustand. Die Bianca kocht mir jeden Tag zweimal was zu essen. Wir haben eine Dusche dabei. Wir haben einen Fernseher dabei, der aber nicht als Fernseher genutzt wird, sondern nur für einen Sony-Mann als Nintendo-Spielgerät. Wir haben viel genug zu essen dabei. Das ist eigentlich schon alles, weil Arbeiten, habt ihr gesehen, tue ich ja im Hänger drin, weil da kann ich mich am meisten bewegen. Hier habe ich das Schloss vor der Nase. Und deswegen schauen wir jetzt wieder raus auf die Rennstrecke. Jetzt ist die schnelle Gruppe. Die filmen wir jetzt noch ein bisschen. Bis gleich. Ich muss sagen, es macht mir irrsinnig viel Spaß, hier draußen auf der Strecke zu stehen und ein paar Fahrer zu beobachten. Teilweise Tipps zu geben, ohne mit ihnen zu fahren, weil ich hier draußen echt viel sehe. Gangwall, Haltung, Linie. Es sind so ein paar Sachen. Vor allem, wenn jemand wie der Max eigentlich ein schneller Fahrer ist, aber sich auf der Strecke schwer tut, dann kann ich ihm mit ein paar Tipps einfach so helfen. Und jetzt ist er einfach mal eine Sekunde schneller gefahren. Das macht mir dann irrsinnige Freude, an so einem freien Tag wie heute. Einfach dem mal so ein paar Kniffs von dieser Strecke. Das ist so speziell hier. Da kannst du wieder im Supersport gefahren sein und denkst dir hier so, Alter, wo geht's denn hier lange? So, und schon geht so ein Tag hier auf der Rennstrecke wieder vorbei. Jetzt guckt es euch einmal diesen Himmel an. Das ist der absolute Hammer, wie hier die Farben explodieren. Wie schön, dass das hier ist. Und ich bin so dankbar, hier sein zu können auf dieser wirklich, wirklich tollen Rennstrecke, in dieser fabelhaften Landschaft. Ja, zum großen Teil macht es jedes natürlich möglich. Bedanke ich mich immer wieder dafür, dass ihr meine Videos so fleißig guckt. Und bedanke ich mich gerne dafür. Und das gibt mir natürlich die Möglichkeit, hier meine Dienstleistung anzubieten, dass Leute was bei mir kaufen und mit mir auf die Rennstrecke gehen. Und dass ich hier mit meiner Familie Weihnachten, Silvester, Neujahr und vielleicht auch meinen Geburtstag noch verbringen kann. Und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Und neben der Rennstrecke mache ich hier so ein bisschen so ein bisschen in mich kehren vielleicht, so ein bisschen ein paar Mal Rad fahren. Mit der Family waren wir jetzt am Meer, über Weihnachten, Wohnmobil hingestellt ans Meer, ohne Strom, ohne alles. Ich habe angefangen, Kaffee zu machen, selber mit einer Mühle gemahlen, mit einem Espresso kochen, weil ich wollte mich einfach mal so wieder so ein bisschen mit mir selbst beschäftigen, ohne immer Computer, ohne immer Motorrasse und einfach mal so ein bisschen durchzuatmen und die Zeit genießen. Weil wenn ich was verloren habe in diesem Jahr, das Jahr war sehr erfolgreich, trotz der ganzen Sache, aber wenn ich was verloren habe in diesem Jahr, dann war es Zeit für mich selbst und Zeit zu schätzen, weil ich von einem Eck ins andere geschlossen bin, immer Vollgas und dabei komplett alles um mich herum vergessen habe, komplett alles um mich herum vergessen habe, das war schon teilweise ein bisschen gefährlich, nervlich betrachtet und für die Umgebungsmenschen in meiner Umgebung sowieso. Und von dem her bin ich jetzt froh, wenn ich hier mal ein paar Tage so ein bisschen auch mal einfach nur morgens aufstehen kann und hier bei diesem tollen Licht mit meiner Kaffeemühle Kaffee malen kann. Klingt total banal, klingt total strange, aber schaut euch das an. Ja, ich tue jetzt noch ein bisschen mit meinem Roller rumfahren, ich mache eher Roks und dann geht es ab ins Bett, also bis dahin, ciao, ciao. So, wenn ihr euch fragt, mit was ich diese tollen Aufnahmen gemacht habe, das habe ich mit der Insta360 ONE X2 gemacht, diese Kamera erlaubt ihr wirklich 360 Grad zu filmen, ohne Cut, ohne alles. Und das mittlerweile auch in einer Qualität, die echt gut ist, schaut es mal unten in die Beschreibung, da ist der Link dafür. Schaut es gerne mal bei Insta360. Dafür vorbei.